Es kommt auf YouTube, Dani, du bist dann berühmt. Echt? Ja. Ja. Vielleicht gewinnst du ja. Dann kommt es zwar nicht auf YouTube, aber... Ich glaube nicht, dass ich gewinne. Das ist ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube, ich hätte noch mal nehmen sollen. Ein bisschen Selbstvertrauen, Digga. Wer weiß, was passieren wird. Vielleicht wird es ja ganz gut. Ja, wir gehen topplein, okay. Ich bin schon top, jetzt. Warum nicht Mitte? Ich topple, fühle ich mich wohler. Ich habe FPS-Tops, wenn ich in der Aufnahme. Ärgerlich. Excuses, äh. Es wird uns dann ein Video schon sehen. Ach, der nimmt gerade auf, oder was? Ja, nicht schon. Ach, auf Ton oder nur... Oder nur Dinge? Alles, alles. Okay. Okay. Oh mein Gott, jetzt geht es schon los, ey. Wieso warst du so schnell schon dort? Ja, ich bin halt direkt losgelaufen, ne? Hm. 2, 3 Sekunden früher wie du. Ja. Vielleicht der deutschen Kusch, nix ahnen. Hier haben wir nochmal einen Löffel von deinem Skill. Und auf einmal bist du halt tot. Was ist der Fehler? Hier gibt es keine Ruhepause. Hm. Äh, Dings, wir machen normaler One vs. One-Regal, oder? First Blood, First Tower oder 100 Farms. Dann ist es vorbei. Ja, so. Also, wir spielen die Spiels nicht bis zum Ende. Also, es ist... Ja, ist mir aufrecht. Na, dann hätt ich ja grad schon fast gewonnen, Alter. Ja, schon. Ja gut, zu knapp. Also, so low warst du dann auch nicht. Aber auf B gehen darf man, oder? Ja. Okay. Da hätt ich jetzt grad an der Tür. Da hab ich dem Feld jetzt Pech gehabt. Hier geht es One vs. One. Wenn das wichtig ist, ist, dann klingelt gleich mein Handy. Ansonsten schon egal. Dann hätt mir Töne mit Kraft gemacht. Dann hätt mir echt schon kurz. Alles dritte Mal, jetzt können die mal hochkommen. So, sie haben wir mit mir zu Hause. Ja, so. Hä, wer klingelt da? Kann ich mir grad drei haben. Hä? Ich muss passiv nicht. Hä? Hä? Hä, wer ist das? Ah, wer klingelt dreimal, also? Stimmt, die Zeugen oder so? Ja, na. Oh mein Gott, geh mal weg jetzt Ich höre es mir jetzt schon wieder, wie das kurz angeht, Alter Sag jetzt mal kurz, es ist nicht zu fies, okay? Ja, du bist über den Remake, Alter Wenn du jetzt gehst, dann ist das scheiße Ja, egal, komm, fuck off Scheiß doch, Daniel Hey, wer ist das? Oh, den kann es nicht sein Wenn du nichts bestellt hast, dann ist es doch scheißegal Da kann es nur nervig sein Fucking heal, Mann, zu fast Ja Oh mein Gott Fehle ich auch noch Oh mein Gott Jetzt will es nochmal klingeln, kannst du gehen Also gut, katsch liefen Oh damn, ich meine, wie du siehst wegfällt Ich bin aber auch noch nicht Vielen Dank.